Hallo und willkommen. In diesem Videokurs zeige ich dir, wie du einen Endless Runner mithilfe von Visual Scripting in Unity erstellen kannst. Dieser Videokurs ist vor allem als Einsteiger ideal, denn es sind keine C-Sharp-Programmierkenntnisse notwendig. Wir erstellen einen animierten Charakter, legen die Logik zum Springen an, generieren einzelne Hindernisse, erstellen einen endlosen Hintergrund und speichern den Punktestand ab. Du lernst somit Visual Scripting in Unity auf eine spielerische Art und Weise. Viel Spaß und los geht's. Erstelle dir zum Start ein neues Unity-Projekt und wähle aus den Templates das 2D-Template aus. Dann legst du einen Namen fest. Ich nenne das jetzt hier Endless Runner Boat. Pfad zum Abspeichern festlegen und dann klickst du hier unten auf Create. Sobald dein Projekt erstellt wurde, fügst du die Projektdateien dieses Videokurses hier hinzu. Dazu wählst du den Ordner mit den Grafiken aus. In diesem Grafikordner befinden sich die unterschiedlichen Grafiken. Zum einen unser Charakter, unser Troll als Jump-Animation oder als Run-Animation. Darüber hinaus drei verschiedene Props, drei verschiedene Hindernisse und der Background, der Hintergrund, den wir dann in so einem Loop abspielen lassen. Du kannst den kompletten Ordner per Drag & Drop unten in deinen Assets-Bereich ziehen. Also hier unten in Assets direkt per Drag & Drop das Ganze hinziehen und dann hast du einen neuen Ordner, der heißt Grafiken. Du findest jetzt diesen Grafiken-Ordner und da sind all die Grafiken. Und als letzten Schritt innerhalb dieser Projektvorbereitung fügst du noch Bold Visual Scripting hinzu, damit wir hier in unserer Unity-Version auch die Möglichkeit haben, mithilfe von Visual Scripts einzelne Logiken zu erstellen. Das heißt, du suchst im Unity Asset Store noch Bold von Unity Technologies und klickst auf Open in Unity beziehungsweise Add to my Assets, damit das Ganze im Hintergrund auch bei deinem Projekt geöffnet wird. So sieht das dann aus, Bold Visual Scripting. Wir klicken auf Import und importieren uns Bold. Sobald dieser Import abgeschlossen ist, startet die Konfiguration von Bold Visual Scripting. Hier musst du nur ein paar Einstellungen vornehmen. Sobald das Ganze dann fertig konfiguriert ist, sind wir mit dieser Vorbereitung unseres Projekts auch fertig und starten dann im nächsten Schritt mit dem Einfügen oder dem Erstellen unseres Players. Klicke beim Setup Wizard auf Next. Dann wählst du hier entweder Human Naming oder Programmer Naming. Ich wähle jetzt hier Programmer Naming, denn das ist näher an der C-Sharp-Programmiersprache. Komplett nach unten scrollen. Auf Next klicken und hier bei Type Options ebenfalls auf Next beziehungsweise Generate. Sobald die Konfiguration ja abgeschlossen ist, kannst du dieses Fenster auch über den Close-Button wieder schließen. So sollte das Ganze bei dir jetzt aussehen. Also erstens, dass du ein Unity-Projekt erstellt hast auf Basis des 2D-Templates. Zweitens die einzelnen Grafiken hier importiert innerhalb des Assets-Bereichs, dass du die hier finden kannst. Und drittens, dass du Bold Visual Scripting importiert und installiert hast. Das Ganze kannst du auch überprüfen, wenn du hier oben auf Tools gehst, da solltest du Bold finden. Und wenn du hier nämlich auf About klickst, dann siehst du, Bold ist installiert mit dieser aktuellen Version. Das heißt also, damit bist du startklar und wir können mit unserem 2D-Endless-Runner hier loslegen. Im nächsten Schritt fügen wir unseren Player-Character für unseren Endless-Runner ein. Der Player-Character ist der Troll. Die Grafiken dazu hast du bereits unten im Grafiken-Ordner innerhalb der Assets. Jetzt musst du hier nur berücksichtigen, es gibt zwei verschiedene Animationen. Einmal die Run-Animation und einmal die Jump-Animation. Damit das Ganze übersichtlicher ist, macht es Sinn, dass du in der rechten unteren Ecke innerhalb des Grafiken-Ordners, dass du hier das Ganze einmal den Slider nach links ziehst, dann hast du so eine Listendarstellung. Dann siehst du auch genau den Namen. Wir haben hier Jump von 000 bis 009. Das sind quasi all diese Bilder, die wir nacheinander abspielen, wenn wir nach oben springen. Und das Gleiche auch bei Run. Hier ist es auch so von 000 bis 009. Und aus dieser Run-Animation erstellen wir uns jetzt erst einmal unseren Player. Das bedeutet, all diese Grafiken kombiniert ziehst du jetzt hier einmal auf die Hierarchie deiner Szene. Selektiere mit der linken Maustaste Run 000, drücke die Großschreibtaste auf der Tastatur und halte sie gedrückt und dann selektierst du das letzte Element, also Run 009. Dann ziehst du per Drag & Drop diese Elemente auf deine Hierarchie hier oben. Loslassen. Dann öffnet sich dieses neue Fenster hier, Create New Animation. Dann erstellst du dir hier eine neue Animation. Das liegt eben daran, weil Unity automatisch weiß, okay, es handelt sich hier um mehrere Grafiken, die nacheinander abgespielt werden sollen. Dieser Animation gibst du einen Namen. Es macht natürlich Sinn, dass du das auch in einen entsprechenden Unterordner speicherst, dass das übersichtlich bleibt. Ich gehe jetzt hier zurück in den Assets-Ordner, rechtsklick New Folder, also neuen Ordner erstellen und nenne diesen Ordner Animations. Doppelklick auf diesen neuen Ordner und hier New Animation, das benenne ich jetzt um Animation Run und klicke auf Speichern, dann wird das Ganze abgespeichert. Dadurch hast du jetzt Folgendes. Zum einen siehst du hier oben in der Scene View deinen 2D-Character, den Troll und du findest auch im Animations-Ordner zwei neue Objekte. Eine Animations-Datei und einen Animation-Controller. Durch das Hinzufügen des Objekts auf die Hierarchie hier oben, wird das auch automatisch entsprechend hier in der Game View platziert. Das bedeutet, wenn du jetzt hier auf Play klickst, dann sollte das auch automatisch in dem Kamerabereich sich hier befinden. Und wie du jetzt siehst, die Animation wird automatisch abgespielt. Wir haben hier unseren Player-Character. Damit wir jetzt hier mit diesem Bereich auch besser arbeiten können und unsere eigenen Elemente hier dann auch entsprechend anordnen, empfehle ich dir, dass du in der Game View diese Aspect Ratio definierst. Also hier steht Free Aspect. Selektiere das und wähle 16 zu 9, damit wir eben das Seitenverhältnis dementsprechend auch haben. Das ist also jetzt unser Bildausschnitt. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten, um das Ganze kleiner zu machen. Entweder du definierst die Kamera neu. Das heißt, wenn du auf Main Camera klickst, kannst du ja hier bei Size das festlegen. Das heißt, wenn der Wert höher ist, dann wird der Character im Endeffekt auch kleiner. Du könntest aber auch die Skalierung von diesem Troll hier anpassen. Ich setze jetzt die Size der Kamera, die Größe einmal auf einem Wert von 10 beispielsweise. Damit wird der Troll auch etwas kleiner dargestellt und somit haben wir mehr Platz für unser eigentliches Level dann. Das erstellte Game Object kannst du noch umbenennen in Player, denn wir haben jetzt hier einen Namen Troll-01 und so weiter. Das liegt einfach daran, weil die Grafik oder die Grafiken im Ordner eben genauso heißen. Es macht also Sinn, den Namen umzubenennen. Rechtsklick, Rename und ich nenne diesen jetzt hier Player. Damit hast du jetzt hier deinen Spieler eingefügt und wenn du auf Play klickst, dann wird auch automatisch die Animation, die Run-Animation abgespielt. Den Play-Modus kannst du wieder beenden und jetzt kannst du deine Szene abspeichern. Dazu klickst du hier oben in der Menüleiste auf File und dann Save As. Wir speichern diese Szene neu. Save As. Dann wählst du den Scenes-Ordner aus und da findest du diese Sample-Scene, die wird automatisch generiert. Und hier bei File-Name wählst du einen beliebigen Namen. Ich nenne diesen jetzt hier einmal Level-01. Und danach klickst du auf Save, um die Szene zu speichern. Siehst hier oben links in der Hierarchie Level-01 und hier unten im Scenes-Ordner, da ist genau diese Szene Level-01. Das heißt, wenn du die Szene Level-01 öffnest, dann gelangst du immer wieder zu diesem Setup hier mit dem Player und unserem Troll unserer Grafik, die animiert ist. Unser Player-Objekt besteht derzeit nur aus einzelnen Sprites, einzelne Grafiken, die nacheinander abgespielt werden. Der Player soll aber auch mit anderen Objekten interagieren können oder auch physikalische Eigenschaften wie beispielsweise eine Erdanziehung bekommen. Und genau darum kümmern wir uns in diesem Abschnitt jetzt. Das heißt, du selektierst aus deiner Hierarchie zuerst einmal den Player. Und im Inspektor fügst du zum Player eine neue Komponente hinzu. Das heißt, du klickst hier beim Player auf Add Component, begibst dich in die Kategorie Physics 2D und aus dieser Kategorie wählst du zwei Objekte. Zuerst einmal einen Capsule Collider 2D und sobald du den hinzugefügt hast, noch einmal Add Component Physics 2D und hier unten einen Rigid Body 2D. Der Capsule Collider ist für die Kollision dann zuständig, dass unser Troll beispielsweise mit anderen Objekten, also mit Hindernissen kollidieren kann oder auch mit dem Untergrund. Der Rigid Body ist für die eigentliche Erdanziehung oder die Berechnung der Physik zuständig. In der Scene View kannst du den Capsule Collider anpassen bzw. auch im Detail dir ansehen. Klicke auf die Scene View. Achte darauf, dass der Capsule Collider hier auch dementsprechend geöffnet ist. Dann solltest du diesen grünen Bereich hier sehen. Dann klickst du hier bei Edit Collider auf die drei Punkte und dann kannst du diesen Bereich hier neu definieren. Das heißt also, der grüne Bereich ist der Kollisionsbereich. Du musst also selbst definieren, wie das bei deinem Charakter jetzt hier aussieht. Bei diesem Troll mache ich das Ganze jetzt einmal so, dass ich die einzelnen Punkte hier anfasse. Okay, sagen wir einmal, das hier ist so der Grenzbereich. Wichtig dabei ist der unterste Punkt, denn das ist genau der Punkt, bei dem der Charakter oder an dem der Charakter dann mit dem Untergrund kollidieren wird. Somit aufliegt auf unserer Oberfläche. Sobald du mit dieser Anpassung des Capsule Colliders fertig bist, klickst du hier auf Edit Collider, noch einmal auf den Button hier, um das abzuschließen. Und was jetzt passiert, ist folgendes. Wenn du hier auf Play klickst, dann wirst du direkt zu Beginn sehen, unser Player, der fällt hier automatisch nach unten aufgrund der Erdanziehung. Das geht auch vollkommen in Ordnung. Was wir aber noch benötigen, ist, dass wir einen Untergrund haben, mit dem dieser Player dann letztendlich auch kollidiert. Eine Sache kannst du hier noch abändern und zwar in den Constraints. Es gibt nämlich hier bei diesem 2D-Charakter im Rigidbody 2D eine Einstellung, die für eine Rotation sorgt. In unserem Spiel soll es jetzt nicht so sein, dass dieser Troll rotieren kann, also dass die Kapsel sich quasi drehen kann, entsprechend der Z-Achse. Das meine ich damit, dass er sich quasi so drehen kann. Das soll nicht passieren. Und daher setzen wir hier diesen Wert Freeze Rotation, diese Checkbox, auf aktiv. Und damit kann das gar nicht passieren, egal welche Objekte hier mit unserem Troll kollidieren. Das heißt also, du solltest bei deinem Player jetzt einen Capsule Collider haben, den Bereich definieren und dann hier den Rigidbody mit einer aktiven Freeze Rotation. Als Untergrund kannst du zuerst einmal einen Platzhalter verwenden. Wir werden das Ganze dann später austauschen bzw. ausblenden, wenn wir unseren Hintergrund eingefügt haben. Hier oben über die primitiven Objekte erstellen. Das heißt, du klickst in der Hierarchie auf das Plus, wählst die Kategorie 2D, also hier 2D-Object, Sprites und dann hier Square. Dadurch hast du eine simple weiße Grafik hier erstellt. Und was ich jetzt einmal machen werde, ich betreibe das Ganze hier Bild in Bild. Das bedeutet die Scene View und die Game View. Ich klicke auf die Game View mit der linken Maustaste, gedrückt halten und ziehe das etwas nach rechts. Was ich hier einfach sehen kann, okay, befindet sich das Ganze noch im Bereich der Kamera hier. Die Werte von diesem Square kannst du auch zurücksetzen, also hier bei Position einfach 0, 0, 0 hinterlegen. Dann ist das direkt in der Mitte. Dann Steuerungstaste drücken und hier nach unten ziehen, beispielsweise auf einem Wert von minus 5. Jetzt skalierst du das entsprechend der X-Achse. Das geht auch mit dem Rect-Tool sehr gut. Also hier oben das Rect-Tool selektieren in der Toolbar und dann hier nach rechts ziehen, beispielsweise so und nach links ziehen, beispielsweise so. Das heißt also, das hier unten ist jetzt unser provisorischer Untergrund. Wenn du jetzt auf Play klickst, wirst du feststellen, dass der Player, der Charakter automatisch nach unten fällt und er fällt durch diese Grafik hindurch. Das sollte eigentlich nicht passieren. Wir möchten, dass die beiden Objekte miteinander kollidieren und dass dieser Player direkt mit dem Untergrund kollidiert und somit auch stehen bleibt. Dazu musst du deinen Ground verändern, denn der Player hat bereits einen Collider. Der Ground benötigt jetzt noch einen Collider. Das heißt, du selektierst den Ground, klickst auf Add Component, wählst aus der Kategorie Physics 2D den Box Collider aus. Dadurch hat jetzt dieser Ground auch eine grüne Umrandung, einen grünen Bereich und somit können jetzt unterschiedliche Collider mit diesem Ground auch kollidieren. Das heißt, wenn du jetzt auf Play klickst, dann fällt unser Troll nach unten, unser Player und kollidiert automatisch mit diesem Bereich und bleibt dann auch hier stehen. Wenn du dich jetzt dafür entscheidest, dass dieser Ground weiter unten platziert wird, kann das mal während des Playmodes hier zeigen. Also ich selektiere den Ground, positioniere das weiter nach unten, dann siehst du, der Troll fällt nach unten und bleibt immer auf Basis dieser Position dann hier entsprechend stehen. Die primäre Eingabemöglichkeit des Spieles ist das Springen, also dass unser Player einfach nach oben springt und somit Hindernissen ausweichen kann. Das Springen wird über einen Button ausgelöst. Dadurch ist es möglich, das sowohl auf dem PC auszuführen, als auch auf mobilen Endgeräten wie dem Smartphone oder einem Tablet. Hierfür erstellst du dir einen neuen Button. Dazu klickst du hier oben in der Hierarchie auf das Plus, um ein neues Objekt zu erstellen. Wählst die Kategorie UI und dann hier Button. Dadurch wird ein Canvas erstellt und ein Button. Du siehst das auch in der Game View, hier in der linken unteren Ecke, da haben wir diesen Button. Selektiere jetzt dein Canvas mit der linken Maustaste hier und wähle im Canvas Scaler hier bei UI Scale Mode Scale with Screen Size aus. Danach wählst du den Button aus und klappst diesen auf, denn dieser Button hat auch ein Textelement. Das Textelement an sich kannst du entfernen, das benötigen wir nicht. Rechtsklick, Delete. Dann haben wir jetzt hier den Button. Doppelklick auf den Button, um ihn zu fokussieren und das siehst du jetzt, wenn wir etwas herauszoomen, da haben wir das komplette Canvas. Das ist unsere Fläche, die unseren Spielbereich quasi überlagert für den Input des Spielers und den Button. Der Button ist etwas klein. Wir möchten den über die komplette Fläche hier haben. Und diesen Button passt du jetzt hier an über die Rect Transform. Du kannst hier die Werte direkt festlegen oder du verwendest als Shortcut dieses Center Middle hier, diese Auswahl. Einfach auf diese Grafik hier klicken, auf dieses Icon. Und hier hältst du jetzt die Shift und die Alt-Taste gedrückt. Shift-Taste gedrückt halten, Alt-Taste gedrückt halten und dann wählst du das Icon in der rechten unteren Ecke aus. Auswählen, dann wird das automatisch über die komplette Fläche skaliert. Du kannst alternativ auch diese Werte hier abtippen, also Left, Top, Right, Bottom und diese Min-Max-Werte. Das würde genauso gehen, dann sollte das bei dir auch entsprechend so aussehen. Der Button verdeckt das komplette Spiel, das möchten wir nicht. Was wir aber möchten, ist, dass wir mit dem Button interagieren können. Wenn du auf Play klickst, dann siehst du im Game-Mode, wir können den Button selektieren, es passiert noch nichts, aber genau das benötigen wir dann später für unsere Springen-Funktion des Players. Das heißt also, wir verwenden den Button aber in unsichtbarer Form. Play-Mode wieder verlassen. Selektiere den Button. In der Button-Component-Image, da findest du Color. Da wählst du diese Farbe aus, jetzt in meinem Fall ist die komplett weiß, aber mit der linken Maustaste anklicken. Hier gibt es diese Einstellungsmöglichkeiten über Rot, Grün, Blau, aber es gibt auch einen Alpha-Kanal, um das Ganze transparent zu machen. Der Wert ist standardmäßig auf 255, das heißt, du ziehst diesen jetzt einfach hier komplett nach links und somit wird der Button auch unsichtbar, aber wir können immer noch damit interagieren. Damit hast du dir also jetzt ein UI-Element angelegt, dass der Benutzer hier mit dem Button interagieren kann, um den Sprung auszulösen. Das Ganze funktioniert wie gesagt per Mausklick oder auch per Touch, wenn wir das Ganze für mobile Endgeräte exportieren würden. Jetzt kannst du deinen ersten Flow-Graph erstellen, denn wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass der Spieler auch nach oben springt, also dass unser Player-Objekt sich nach oben bewegt. Dazu selektierst du aus der Hierarchie das Player-Game-Objekt und hier fügst du eine neue Komponente hinzu. Klicke auf Add-Component, Bolt und dann Flow-Machine. Bei Source wählst du hier Embed, das bedeutet, wir binden diese Flow-Machine, diese Logik direkt auf unser oder an unser Game-Objekt, Embed, und dann klickst du auf Edit Graph. So sieht das Ganze aus, da öffnet sich automatisch der Flow-Graph, den kannst du bei Drag & Drop hier unten auch anpinnen, damit wir das Ganze hier im Split-Screen betrachten können. Dieser Flow-Graph hat automatisch eine Start- und eine Update-Methode. Was wir jetzt hier einmal tun werden, ist, dass wir beide löschen, denn unser Einstiegspunkt, unser Einstiegsevent ist der Button. Das bedeutet, wenn der Button geklickt wurde, dann können wir das Ganze verwenden. Also Rechtsklick, Delete Selection. Und jetzt legst du dir hier ein neues Event an, Rechtsklick, Events, GUI und dann hier On-Button-Klick. Das ist unser Start-Event und hier kannst du auch den Button verlinken, also einfach auf den Auswahl-Button klicken. Dann siehst du hier, steht Button. Es würde natürlich auch Sinn machen, dass du diesen Button vom Namen her änderst, also nicht mehr Button, sondern Button Jump beispielsweise. Dann ist das einfacher zuzuordnen. Das heißt, wenn du jetzt die Auswahl hier selektierst, siehst du OK, Button Jump und kannst das hier verlinken. Das heißt also, das ist unser On-Click-Event. Nach dem Anklicken soll eine Unit ausgeführt werden, und zwar eine Unit, die diesen Rigid-Body von diesem Spieler nach oben bringt. Das heißt, du ziehst, das hier jetzt nach rechts, mit der linken Maustaste, fügst eine neue Unit hinzu, wählst den Player aus, denn an diesem Player ist ja auch diese Flow Machine, Player, aus der Kategorie Rigid-Body 2D, wählst du Add Force, und zwar das hier, Add Force, Force und Mode. Damit können wir nämlich den Modus noch definieren, ob das Ganze impulsiv ist oder eben auch linear. So sollte das jetzt bei dir aussehen. On-Button-Klick und dann Add Force. Und hier musst du jetzt noch einen Wert festlegen, denn wenn das Ganze auf 0,0 ist, dann wird da nichts passieren, denn wir fügen keine Kraft hinzu, entsprechend der X- oder der Y-Achse. Wir möchten, dass der Player nach oben springt, also entsprechend der Y-Achse. Das ist dann der zweite Wert. Und wenn du diesen Wert jetzt einmal festlegst, auf einem Beispielswert von 8, und unten bei Force Mode, da wählst du Impuls aus. Okay, also das ist unser Setup. Sobald der Button geklickt wird, wird Add Force ausgeführt mit einem Wert von 8, entsprechend der Y-Achse, mit einem Mode von Impuls. Jetzt klickst du auf Play und testest das Ganze mal. Also ich klicke auf Play. Dann innerhalb der Game View klicken, das ist ja unser Touch auf dem Button. Und dann siehst du, unser Charakter springt jetzt hier automatisch einmal nach oben und wird dann von der Erde auch wieder angezogen. Das Problem hierbei ist aber, dass wir mehrmals springen können. Also wenn du schnell hintereinander mehrmals klickst, dann siehst du, wir können eigentlich unendlich hoch springen. Wir haben nicht nur einen Double Jump, sondern wir können den Charakter hier komplett nach oben befördern. Und das möchten wir unterbinden. Also ich möchte einfach nur, dass dieser Charakter auch nur einmal nach oben springen kann und erst dann, wenn er wieder auf dem Boden aufkommt, erneut springen kann. Das heißt, Play-Modus wieder verlassen und begeben wir uns einmal in diesen Flow Graph hier unten. Du kannst mit einem Doppelklick auf diesen Bereich hier das Ganze im Fullscreen betrachten oder du klickst oben rechts auf den Fullscreen-Button. Und hier hast du jetzt die Möglichkeit, dass du dir eine Variable erstellst. Das siehst du auf der linken Seite. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine Variable zu erstellen. Wir erstellen uns jetzt eine Objekt-Variable, die eben an diesen Player geknüpft wird oder mit dem Player verknüpft wird. Selektiere bei dem Variables Object und erstelle dir hier eine neue Variable. Diese Variable nenne ich jetzt Is Grounded. Diese Variable soll zwischenspeichern, ist der Spieler auf dem Boden oder ist er in der Luft. Das heißt, hier auf das Plus klicken und als Type wählst du einen Boolean-Wert, denn das Ganze ist entweder True oder False. Der Spieler ist nicht am Boden oder er ist eben auf dem Boden. Der Standardwert hier ist False und sobald der Spieler zum ersten Mal mit dem Boden kollidiert, wird der Wert dann auf True gesetzt. Darum musst du dich jetzt aber kümmern. Das heißt, diese Logik müssen wir uns jetzt erstellen. In deinem Flow Graph startest du mit einem OnCollisionEnter. Klicke mit der rechten Maustaste, um eine neue Unit zu erstellen, rechte Maustaste und dann hier aus dem Events Physics 2D und dann hier OnCollisionEnter2D. Das ist unser Start-Event. Das heißt also, wenn dieser Spieler mit etwas kollidiert, soll dieser Wert Boole letztendlich auf True gesetzt werden. Sinnvoll ist es hier auch, den Tag des GameObjects zu überprüfen. Also es könnte ja sein, dass es der Untergrund ist. Es könnte aber auch sein, dass es ein Hindernis ist. Wir setzen diesen Wert wirklich nur auf wahr, wenn es eine Kollision mit dem Untergrund war. Also erstelle dir eine neue Unit bei Control und zwar SwitchOnString. Damit fragen wir letztendlich ab, um welchen Tag handelt es sich. Jetzt machen wir folgendes. Wir geben den Tag hier weiter. Das heißt, du nimmst diesen Collider, ziehst ihn auf eine freie Fläche, wählst den Spieler aus, GameObject und da unten gibt es eine Möglichkeit hier, dieses Tag Get. Also hole den Tag, der dahinter liegt ist, den müssen wir dann noch festlegen und gib diesen weiter an unser Switch-Statement. Und im Switch-Statement kannst du das überprüfen. Selektiere dein Switch-Statement. Auf der linken Seite hast du jetzt die Options. Klickst du auf das Plus. Hier fügen wir einen neuen Wert hinzu. Dieser Wert heißt genauso wie unser Tag, den wir dann erstellen. Ich nenne diesen jetzt einmal Ground. Okay? Also das wird hier abgeprüft. Achte darauf, dass du das dann genau gleich schreibst. Und wenn dieses Ground passiert, dann setzen wir diese Objektvariable isGrounded auf var. Also hier eine neue Verbindung zu einer neuen Unit. Dann kannst du jetzt hier auf isGrounded eingeben. Das ist der schnellste Weg. Dann siehst du hier set isGrounded. Das funktioniert, weil wir hier auf der linken Seite diese Objektvariable auswählen. Und hier musst du noch einen Wert festlegen, denn diese Variable isGrounded ist ein Boolean-Wert, also true oder false. Das bedeutet, du ziehst hier von diesem Input eine neue Verbindung. WasteBooliteral. Wir möchten ja einen Boolean-Wert übergeben. Und hier setzt du die Checkbox auf aktiv. Das heißt also jetzt, wenn eine Kollision stattfindet, überprüfen wir den Tag des Objekts, mit dem der Spieler kollidiert und gehen hier die Liste ab. Wir haben eigentlich nur einen Fall, der zutreffen kann. Das ist Ground. Wenn das wahr ist, dann setzen wir diesen Wert isGrounded auf true. Damit sind wir jetzt noch nicht fertig, denn wir möchten jetzt hier, oder wir müssen eigentlich besser gesagt beim Springen das auch überprüfen. Das heißt, diese Verbindung zwischen OnButtonClick von diesem JumpButton und diesem AddForce, das unterbinden wir, das zerstören wir. Rechte Maustaste auf die Verbindung. Das AddForce benötigen wir gleich. Und wenn wir den Button drücken, dann überprüfen wir erst einmal, ob dieses IsGrounded überhaupt wahr ist. Ist der Spieler denn überhaupt am Boden? Das geht über einen Branch, also neue Verbindung hier. Control, Branch. Damit können wir eine Condition überprüfen. Und unsere Condition, unsere Überprüfung, ist dieses IsGrounded. Okay? Das heißt, derzeit haben wir hier noch keine Condition. Dieses IsGrounded kannst du jetzt per Drag & Drop auf unserem Flow hier ziehen und dann verbindest du die miteinander. Wenn das Ganze wahr ist, also wenn IsGrounded true ist, dann soll auch dieses AddForce passieren. Das heißt also, wenn der Spieler am Boden ist, kann er einmal springen und dann nach dem Ausführen dieses AddForce müssen wir diese Variable auch auf False setzen, sonst könnte der Spieler immer und immer wieder springen. Das heißt also, hier im nächsten Schritt gibst du IsGrounded ein, setzt diese Variable, das gleiche wie hier unten und wählst ein BooLiteral. Und diesmal, wenn wir das hier vergleichen, das hier und das hier, hier setzen wir das auf False und hier setzen wir das Ganze auf True. Perfekt. So sieht das Ganze also jetzt aus. Button wird geklickt. Wir überprüfen, ist dieser Spieler denn überhaupt auf dem Boden? Wenn das der Fall ist, dann springen wir. Wenn das nicht der Fall ist, können wir gar nicht springen. Und nach dem Sprung setzen wir das wieder auf False. Sobald er dann mit dem Boden erneut kollidiert, können wir hier unten oder wird dann automatisch hier unten das überprüft, ist es denn der Untergrund? Und wenn das der Fall ist, setzen wir das auf True und wir können hier erneut springen. Das ist also die komplette Logik für unseren Sprung. Jetzt aber nicht vergessen, wir müssen noch einen Tag festlegen, denn wir überprüfen ja hier diesen Tag Ground. Fullscreen-Modus jetzt hier einmal wieder beenden. Und dann wählst du aus deiner Liste einmal hier diesen Ground aus. Der heißt ja schon so, aber es ist noch kein Tag festgelegt. Also GameObject selektieren und dann hier bei Tag steht Untagged. Und diese Tags helfen uns einfach, um verschiedene GameObjects zu identifizieren, die eben gleicher Art sind. Untagged selektieren und dann hier auf Add Tag klicken. Liste ist empty, klickst du auf das Plus und erstellst dir einen neuen Tag, der heißt hier jetzt in meinem Fall Ground. Okay, dann noch einmal den Ground auswählen und hier bei Tag ebenfalls Ground. Klicke jetzt auf Play und teste das, ob du jetzt mehrmals springen kannst oder ob du überhaupt springen kannst. Sollte nämlich jetzt eigentlich möglich sein, dass du nur ein einziges Mal springen kannst. Hier unten siehst du im Übrigen dann auch immer den Verlauf. Also da wurde das überprüft. Ground, Ground. Also der Tag wurde überprüft und das Ganze ist wahr. Das bedeutet, ist Grounded ist derzeit auch auf True. Jetzt, wenn ich den Button anklicke, dann siehst du auch hier den Verlauf. Ich klicke einmal auf den Button. Dann siehst du hier, okay, dass es derzeit auf False und hier unten wird es wieder auf True gesetzt. Das heißt, mehrmaliges Springen ist nicht möglich, sondern springen ist erst wieder möglich, wenn der Player hier auch mit dem Untergrund kollidiert. Das Springen deines Players ist jetzt über dem Button möglich, aber es fehlt hier noch an einer Jump-Animation und genau darum kümmern wir uns jetzt. Begebe dich dazu in den Grafiken-Ordner und da gibt es ja die Jump-Animation von 000 bis 009. Diese selektierst du alle, alle Grafiken selektieren und beim Drag-and-Drop nach oben auf die Hierarchie ziehen. Wir möchten einfach dadurch auf schnelle Art und Weise eine Animation erstellen. Es macht jetzt hier Sinn, dass du den Assets-Ordner wieder auswählst und den Animations-Ordner. Player-Animation-Run und diese Animation nennen wir hier Player-Animation-Jump. Danach klickst du auf Save. Jetzt siehst du hier, du hast einen zweiten Charakter. Der ist aber eigentlich gar nicht notwendig. Das heißt, aus der Hierarchie kannst du diesen Charakter jetzt wieder löschen. Rechte Maustaste, Delete. Denn das Einzige, was du hier benötigst, ist die erstellte Animation und die findest du im Animations-Ordner hier Player-Animation-Jump. Diesen Wechsel der beiden Animationen Jump und Run werden wir über den Animations-Controller ansteuern. Das heißt, du klickst jetzt hier einmal auf deinen Player. Im Player findest du den Animator. Hier. Und da ist auch der Controller. Hier kannst du mit einem Doppelklick direkt auf den Controller klicken. Doppelklick auf den Controller. Dann öffnet sich dieser Animator, dieses Animator-Fenster auch. Ich ziehe dieses Animator-Fenster jetzt einmal hier nach unten. So sieht das aus. Da haben wir die einzelnen States. Solltest du das Animator-Fenster nicht auf Anhieb finden, gehst du hier oben auf Window, Animation, Animator. Und sobald du den Player selektiert hast, siehst du auch diese Übersicht hier unten. Also hier haben wir den Entry-State. So startet das Ganze. Und wenn du jetzt hier einmal auf Play klickst, siehst du auch den Fortschrittsbalken. Das Ganze wird im Loop ausgeführt. Der Entry-State, das ist unser Einstieg. Dann wird hier dieses Player-Animation-Run. Das wird automatisch im Loop ausgeführt. Und genau diesen Controller erweitern wir jetzt. Play-Mode wieder verlassen. Und hier fügst du einen neuen State hinzu. Rechtsklick. Create State. Empty. Der heißt jetzt hier New State. Den benenne ich um in Player-Animation-Jump. Bei Motion hinterlegst du die einzelnen Animationen. Also hier auf den Auswahl-Button klicken und dann hier auf Player-Animation-Jump. Damit hast du dir einen neuen State erstellt und den musst du jetzt noch in diesen Ablauf hier einbauen. Das heißt, wir benötigen einen Übergang zwischen Run und Jump und von Jump zu Run. Rechte Maustaste auf dieses Player-Animation-Run. Make Transition auswählen. Und das ziehst du jetzt auf dieses Jump. Gleiches auch in die andere Richtung. Rechtsklick auf Jump. Make Transition nach Run. Den Übergang an sich definieren wir auf Basis eines Parameters. Denn wenn du das nicht tust, ich zeige dir das kurz, wenn ich hier auf Play klicke, dann führt der automatisch dieses Jump aus. Also führt zuerst Run aus, dann Jump, dann Run, dann Jump und so weiter. Das möchten wir nicht. Er soll diese Animation wirklich nur ausführen oder durchführen, wenn wir hier wirklich auch springen drücken. Im Animator erstellst du dir jetzt ein Parameter. Hier bei Parameters. List ist empty. Klickst du auf das Plus hier. Und hier wählst du ein Bool-Parameter. Dieses Bool-Parameter nenne ich jetzt hier Jumping. Okay. Wenn das auf True ist, dann springen wir gerade. Wenn es auf False ist, springen wir eben nicht. Das heißt, dieses Parameter hilft uns jetzt bei der Transition. Denn wenn wir hier dieses Parameter dann über Visual Scripting festlegen, können wir eben sagen, okay, von Run nach Jump, da bewegen wir uns oder dann wird diese Transition hier ausgeführt, wenn das eben auf Wahr ist. Also selektiere die Transition von Run nach Jump. Wähle bei den Conditions hier das Pluszeichen. Condition Jumping, das geht in Ordnung. Und der Wert ist hier True. Das passt auch. Hier oben bei Has Exit Time, das deaktivierst du, denn dadurch entsteht eben nicht dieser Übergang, sondern er springt automatisch in dieses Jump. Dann die Transition von Jump nach Run. Einmal selektieren. Bei Conditions wieder auf das Plus klicken. Und jetzt hier Jumping nicht True, sondern False. Has Exit Time wieder deaktivieren. Wenn du jetzt auf Play klickst, wirst du feststellen, dieser automatische Übergang von Run nach Jump, der findet nicht mehr statt, weil wir eben diesen Jumping-Wert hier auf False haben. Wir sorgen aber gleich dafür, dass wir mit Visual Scripting diese Checkbox hier immer aktivieren, sobald wir auch springen. Denn wenn du auf die Checkbox hier klickst, jetzt nur einmal testweise, dann siehst du, dann wird automatisch diese Animation hier ausgeführt. Derzeit wird das hier im Loop abgespielt. Das macht vielleicht nicht so viel Sinn. Das bedeutet, wir können diesen Loop auch deaktivieren. Stoppe den Play Mode, klicke auf den Project Tab mit all deinen Dateien, wähle hier die Jump-Animation aus und hier bei Loop Time deaktivierst du diese Einstellung. Checkbox deaktivieren. Jetzt gehe ich hier noch einmal zurück in den Animator, klicke auf Play. Da siehst du jetzt, wir haben nicht mehr diesen Loop, wir bleiben quasi bei der letzten Grafik der Jump-Animation stehen. Das ist auch vollkommen in Ordnung, wirst du auch gleich sehen, wenn wir das mit dem Button verbunden haben. Play Mode wieder verlassen. Selektiere deinen Player und öffne den Flow Graph, also in den einzelnen Components, auf Edit Graph klicken. Das Ganze vielleicht im Fullscreen-Modus betrachten, dann ist das übersichtlicher. Da siehst du, wir haben hier diese Sektion mit diesem On-Button-Klick und hier unten die Sektion des Zurücksetzens dieser Objektvariable ist Grounded auf Basis der Kollision. Und diese zwei Bereiche kannst du jetzt verwenden, um diesen Wert festzulegen, also diesen Jumping-Wert. Wie geht das? Naja, hier am Ende, also bei On-Click, da wird dann ja der Sprung ausgeführt. Das heißt, nach diesem Set-Variable kannst du eine neue Unit hinzufügen, also hier nach rechts ziehen und da gibt es ja beim Player den Animator. Also auf den Player klicken, da haben wir jetzt den Animator und da hast du die Möglichkeit, bei Set-Bool einen Wert festzulegen. Wir haben ja einen Boolean-Wert, also True oder False. Set-Bool Name oder Value. Diese neue Unit hinzufügen. Und hier bei Name hinterlegst du das Ganze jetzt. Dieser Name heißt bei mir Jumping. Achte auf die Schreibweise, denn Groß- und Kleinschreibung sind hier relevant. Also ich meine damit diesen Wert hier in den Parameters, den wir auch für die Transition verwenden. Das gibst du hier bei deinem Flow-Graph letztendlich ein. Beim Springen, also bei On-Button-Click hier oben, setzen wir diesen Value, diesen Wert auf True. Und hier unten setzen wir den gleichen Wert auf False. Du kannst jetzt hier das genau gleich in grün erstellen. Du kannst das aber auch duplizieren. Also hier rechtsklick. Duplicate. Nach unten ziehen. Die beiden miteinander verbinden. Hier unten haben wir das Zurücksetzen. Das bedeutet, sobald der Spieler mit dem Untergrund kollidiert, soll das auch zurückgesetzt werden. Es soll das Ungrounded zurückgesetzt werden. Es soll aber auch die Animation geändert werden. Das bedeutet, Jumping setzen wir jetzt hier diesen Value auf False. Dadurch haben wir dann den Übergang, diese Transition von Jump zu Run. Also so sieht dieser Flow-Graph aus. Diese beiden Units sind jetzt hier neu. Jumping, Jumping, Value True, Value False. Ich klicke auf Play, um das zu testen. Es sollte jetzt so sein, erst wenn wir springen, wird auch die Animation ausgeführt und sobald wir mit dem Untergrund wieder kollidieren, wechselt das Ganze wieder zurück auf unsere Run-Animation. Run-Animation läuft. Ich klicke einmal auf den Button, springe nach oben und sobald wir mit dem Untergrund kollidieren, wird die Run-Animation wieder abgespielt. Also sobald wir klicken, Jump, Run. Damit der Hintergrund einem Endless-Runner entspricht, erstellen wir mit Hilfe eines kleinen Tricks einen Loop-Effekt. Wähle aus deinem Projektordner zuerst einmal den Hintergrund aus. Diesen findest du in dem Grafikenordner. BG03 heißt dieser Hintergrund. Im Inspektor findest du die Einstellungsmöglichkeiten. Bei Texture Type wählst du zuerst einmal Default. Und dann weiter unten findest du den Wrap-Mode. Der ist standardmäßig auf Clamp. Auswählen und hier wählst du Repeat. Danach ganz nach unten scrollen und einmal auf Apply klicken, um diese Einstellungen auch dementsprechend zu übernehmen. Jetzt fügst du in deiner Hierarchie ein neues Objekt hinzu, über das Plus. Und hier wählst du jetzt ein 3D-Objekt aus, denn an ein 3D-Objekt können wir auch ein Material bringen. 3D-Objekt und hier wählst du das Quad aus. Hier haben wir unser Quad. Das wird derzeit vom Spieler verdeckt. Ich positioniere das etwas neu. Also einfach hier mal nach oben ziehen. So sieht das aus. Hier haben wir unseren Hintergrund. Den kannst du natürlich dann auch entsprechend skalieren. Und auf dieses Quad ziehst du jetzt deinen Hintergrund, dieses BG03. Das heißt per Drag & Drop BG03 auf dieses Quad hier ziehen. Dadurch wird das automatisch übernommen und somit auch ein neues Material erstellt mit dem Namen BG03. Das findest du auch im Grafikenordner bei Materials. Da ist genau dieses Material. Wenn du deinen Quad noch einmal selektierst, siehst du die Größe müssen wir noch anpassen und scheinbar ist das noch sehr dunkel. Selektiere das Quad. Da siehst du das Material, das jetzt hier neu erstellt wurde. Und beim Shader, da verwenden wir jetzt einen anderen Shader. Auf Standard klicken. Wähle hier Unlit, damit wir keine Beleuchtung berücksichtigen. Und wähle hier Texture. Also aus der Liste Unlit Texture. Dann sollte das auch 1 zu 1 so dargestellt werden, wie eben deine Textur unten im Projektordner aussieht. Jetzt kannst du diesen Bereich nach oben skalieren. Das bedeutet, du nimmst dein Quad. Bei Transform kannst du jetzt hier bei Scale die x- und y-Achse neu definieren. Also ich nehme jetzt hier als x-Wert einmal 1.92. Also für 1920. Und hier bei y 1.08. Und auf Basis dieser Werte kannst du das jetzt proportional zueinander hochskalieren. Einfach über den Mittelpunkt nach oben skalieren und dann entsprechend positionieren. Okay, das sieht ganz gut aus. Wir haben es hochskaliert. Das heißt also, das Quad ist unser Hintergrund. Kannst du jetzt auch umbenennen. Rechtsklick, Rename. Ich nenne das jetzt hier einmal Background. Okay, also das ist unser Hintergrund. Der ist als Material an diesem Quad hier. Den Wert Offset können wir jetzt nämlich verwenden, dass wir eben für einen Effekt sorgen, dass es so aussieht, als würde dieser Charakter nach vorne laufen, obwohl der eigentlich seine Position gar nicht ändert. Das Einzige, was der kann, ist nach oben springen oder eben diese Run-Animation ausführen. Zum Start lasse ich diesen Offset-Wert auf 0. Und du siehst jetzt, wenn du auf Play klickst, da passiert noch nichts. Also der Hintergrund ist auch noch nicht animiert. Also der bewegt sich noch nicht. Wir haben da noch keine Logik. Das machen wir mithilfe von Visual Scripting. Das heißt also, du fügst jetzt zum Background eine neue Flow Machine hinzu. Background selektieren. Add Component. Bold. Und da wählst du Flow Machine. Wir binden diese Flow Machine wieder in das GameObject ein. Das heißt hier anstatt Makro wählst du Embed und klickst auf Edit Graph. Hier unten hast du wieder deinen Flow Graphen. Wir benötigen weder Start noch Update Methode. Also beide. Rechtsklick. Delete Selection. Öffnen wir den Flow Graph am besten im Fullscreen Mode hier. Und hier als Start Event verwenden wir Fixed Update. Rechtsklick. Events. Lifecycle Fixed Update. Wir möchten das ganze Framerate Independent ausführen. Also ganz unabhängig von der Anzahl der Frames pro Sekunde, die der einzelne Spieler letztendlich hat. Hier möchten wir jetzt das Texture Offset festlegen. Das heißt hier Drag & Drop und Note erstellen. Und dann gibst du jetzt Material und dann Offset ein. Da findest du eine Unit, die heißt Material Main Texture Offset Set. Wähle das Material aus. Also bg-03. Das ist ja unser Material, das wir hier verwenden an diesem GameObject. Hier musst du jetzt einen Wert festlegen als x-Wert. Wir möchten ja, dass das Offset auf Basis der Zeit sich immer wieder ändert, dass sich der Hintergrund quasi animiert ist. Dazu legst du dir am besten eine Objektvariable an, denn dann kannst du das jederzeit auch anpassen. Hier auf Object klicken und dann eine neue Variable eingeben. Ich nenne diese Variable einmal Speed, füge diese hinzu. Das Type verwendest du Float als Fließkommazahl und den Standardwert nehme ich jetzt hier einmal einen sehr kleinen Wert 0,2 beispielsweise. Danach verwendest du diese Speed-Variable, also per Drag & Drop mit der linken Maustaste hier auf unseren Graphen bringen und dann multiplizieren wir dieses Speed mit der Zeit. Also hier rechtsklick, Add Unit, Time, Time Get. Das ist quasi die Zeit seit dem Spielstart. Und diese beiden multiplizierst du miteinander. Also hier von Time auf die freie Fläche klicken und dann wählst du Multiply, verbindest die beiden miteinander. Wir multiplizieren diese Zeit mit unserer Geschwindigkeit und daraus soll jetzt ein Vektor 2 werden, den wir dann hier verbinden mit diesem 0,0, mit der Main Texture. Einen neuen Vektor kannst du dir erstellen direkt hier per Drag & Drop auf die freie Fläche. Da siehst du New Vector XY. Das wählst du aus. Und hier benötigen wir jetzt nur den X-Wert, denn das, was wir hier generiert haben, gilt nur für die X-Achse. Wir möchten, dass diese Animation, diese Bewegung einfach nur entsprechend der X-Achse passiert, also entsprechend der Horizontalen. Das heißt, du verbindest das hier miteinander. Das bedeutet, wir multiplizieren das hier, geben das weiter an den Vektor und somit wird über die Zeit eben ein entsprechendes Offset generiert. Okay, damit hast du jetzt die Möglichkeit, die Speed-Variable direkt beim Background festzulegen und dir das Ganze im Play-Mode anzusehen. Fullscreen View verlassen, auf Play klicken und dann sollte sich das auch automatisch zum Start schon bewegen. Wie du siehst, das Offset zählt hier automatisch nach oben, also unsere Logik funktioniert und der Hintergrund bewegt sich dadurch. Es hängt ganz von einem Hintergrund ab, ob sich das eben dementsprechend so verbinden lässt miteinander. Sollte also ein Hintergrund sein, bei dem das Ende und der Anfang sich gut miteinander verbinden lassen. Das heißt, das funktioniert nicht mit jedem Hintergrund. Hier sieht es jetzt ganz okay aus, also das funktioniert. Du kannst hier natürlich auch den Speed einstellen, also diese Speed-Variable. Wenn ich das hier nach unten setze auf 0,1, dann geht das natürlich langsamer. Und wenn ich diesen Wert nach oben setze, beispielsweise auf 1, dann geht das extrem schnell. Damit kannst du eigentlich das ganze Spielgefühl auch ändern, zeigt eben den einzelnen Spieler dann, okay, ist das jetzt hier schnell, diese Bewegung, oder ist das langsam? Ein Wert von 2 wäre jetzt hier extrem schnell. Wichtig dabei ist, dass die Hintergrundgeschwindigkeit auch zu deinem einzelnen Charakter passt, zum Spieler, zur Animation des Spielers. Okay, damit hast du dir diesen Loop des Hintergrunds hier erstellt. Das heißt, wir haben ein Quad verwendet, auf dieses Quad das Material hier gezogen und über Visual Scripting greifen wir auf diesen Offset-Wert hier zurück und manipulieren diesen dadurch. Im nächsten Abschnitt fügst du ein Hindernis hinzu, damit wir hier auch eine gewisse Herausforderung haben. Dazu navigierst du am besten unten im Project Tab in deinen Grafikenordner. Da findest du drei verschiedene Hindernisse. Ich starte mit diesem Hindernis mit dem Namen Prop-7. Das ist hier dieses Holzfass. Dieses Hindernis ziehst du auf deine Hierarchie. Dann erscheint das automatisch hier in der Szene. Du kannst die Größe anpassen. Ich werde das jetzt hier auf dieser Standardgröße mit der Skalierung 1, 1, 1 einmal belassen. Das passt gut zu meinem Troll hier. Und dann ziehst du dieses Objekt hier weiter nach rechts. Und hier fügst du auch einen Rigidbody und einen Collider hinzu. Also selektierst du deinen Fass, klickst auf Add Component und aus der Kategorie PhysX 2D wählst du den Rigidbody 2D. Und dann noch einmal auf Add Component, PhysX 2D. Hier wählst du, naja, passend für das Fass, vielleicht einen Capsule Collider 2D. Siehst du hier, da ist der Collider. Ich denke, das passt. Wenn du das anpassen möchtest, kannst du jederzeit hier auf Edit Collider klicken, um das entsprechend zu verändern. Das heißt also, du hast hier dein erstes Obstacle, dein erstes Hindernis hier eingefügt. Das ist in der Hierarchie zu sehen. Hat einen Rigidbody und einen Capsule Collider. Auch hier bei diesem Fass empfehle ich dir wieder, dass du bei den Constraints die Freeze Rotation aktivierst. Also wir möchten nicht, dass sich das Fass hier drehen kann. Daher Rigidbody 2D Freeze Rotation Z aktivieren. So, wie sieht das jetzt im Game Mode aus? Klicke dazu auf Play. Dieses Fass sollte jetzt nach unten fallen und dann auch dementsprechend mit dem Untergrund kollidieren. Das Fass bleibt aber jetzt stehen. Das bedeutet, wir möchten dieses Fass jetzt dann verwenden, um es automatisch erscheinen zu lassen und dann von rechts nach links bewegen. Dazu erstellen wir aus diesem Fass, aus diesem ersten Obstacle, Obstacle Barrel, ein Prefab. Also Play-Modus wieder deaktivieren. Erstelle dir unten im Assets Ordner zuerst einen Prefabs Ordner, dass das Ganze auch übersichtlich bleibt. Rechtsklick, Create Folder Prefabs, ab in den Prefabs Ordner und hier ziehst du per Drag & Drop dieses Obstacle Barrel nach unten. Dadurch erstellst du dir ein Prefab. Das heißt, dieses GameObject mit diesen Einstellungen, mit dem Rigidbody, mit dem Capsule Collider und dieser Grafik haben wir jetzt hier unten und können wir uns dann einmal wieder instanzieren. Jetzt ist dieses Hindernis auch nicht mehr in der Hierarchie notwendig. Das heißt, du klickst auf Obstacle Barrel. Rechtsklick, Delete. Hier unten im Prefabs Ordner bleibt es weiterhin bestehen und darauf können wir dann auch zurückgreifen. Jetzt erstellst du dir in der Hierarchie hier oben ein leeres GameObject. Auf das Plus klicken, Create Empty. Dieses leere GameObject ist jetzt unser Obstacle Spawner. Obstacle Spawner. Also das hier wird das GameObject, das dafür sorgt, dass genau hier diese Objekte entstehen, instanziert werden und dann sich von dieser Position weiter nach links bewegen. Selektiere den Obstacle Spawner. Du siehst, das ist ein leeres GameObject. Hier haben wir nur die Transform-Komponente und hier fügst du über Add Component eine neue Komponente hinzu und zwar einen Flowgraph, also Add Component, Bolt, Flow Machine. Bei Source wählen wir Embed. Wir binden das Ganze ein in das GameObject und dann klickst du auf Edit Graph. So sieht dieser Graph aus. Wir benötigen innerhalb des Graphs nur die Startmethode. Update ist nicht notwendig, denn wir sagen zum Start, okay, ab jetzt generiere uns nach einer zufälligen Zeit, die können wir definieren nach einem zufälligen Zeitraum, so und so viele Objekte. Das heißt, Update kannst du entfernen. Rechtsklick, Delete. Start. Mit dem hier beginnen wir. Und hier verfolgen wir jetzt die folgende Logik. Wir haben die Startmethode, das Start-Event und nach dem Start soll automatisch ein Timer ausgelöst werden. Das heißt, du erstellst hier eine Verbindung zu Time und dann hier Timer. Dieser Timer hat eine Duration, also eine Dauer und diese Dauer kannst du variabel festlegen. Jetzt für uns, für unseren Endless Runner, verwenden wir einfach mal Random Range, also hier von der Duration eine Verbindung wegziehen nach links, dann hier oben Random Range. Hier gibt es Random Range, Min-Inclusive, Max-Inclusive und Min-Inclusive, Max-Exclusive. Ich verwende hier ganz normal Random Range, Min-Exclusive, Max-Inclusive. Jetzt kannst du zwei Werte festlegen und zwar in Sekunden, also soll zwei Sekunden gewartet werden, soll drei Sekunden, fünf Sekunden und so weiter. Das heißt, du definierst das Minimum und das Maximum. Wir nehmen jetzt hier einmal die Werte von 2 und 5, das sind die unterschiedlichen Abstände, damit das auch nicht immer im gleichen Abstand erstellt wird. Okay, das ist die Duration und sobald der Timer einmal completed ist, also einmal abgeschlossen ist, soll letztendlich ein GameObject instanziiert werden. Also hier von completed auf die freie Fläche. Dann gibst du hier oben in die Suche Instantiate ein. Object.instantiate, Original, Position und Rotation. Genau das möchten wir haben, also diese drei Werte und als Original hinterlegst du dein Prefab. Das heißt, du klickst auf den Auswahlbutton, hier oben den Namen eingeben. Mein Obstacle heißt ja Obstacle Barrel, das hier, das auswählen, dann ist das hier hinterlegt. Als Position kannst du hier anstatt 0, 0, 0, das wäre der zentrale Punkt, da sollen diese Objekte nicht erscheinen. Wir positionieren oder lassen diese Objekte direkt an der Position des Obstacle Spawners erscheinen, weil dann kannst du auch hier über Position diesen Wert verändern, um es variabel einzustellen. Ganz so, wie du es haben möchtest. Das heißt also, wir hinterlegen jetzt die Position des GameObjects, also hier mit der rechten Maustaste klicken, Add Unit, verwende den Obstacle Spawner, wähle hier Transform und da gibt es einen Wert, der heißt Position Get. Ja, Position Get. Darüber holen wir uns die Position und diese verlinkst du mit Position. Eine Rotation müssen wir eigentlich nicht hinterlegen. Das hängt ganz davon ab, ob du das möchtest, also ob dein Objekt sich überhaupt rotieren soll. Eigentlich soll es so instanziiert werden, wie wir es auch als Prefab erstellt haben. Der Wert ist aber jetzt hier bei dieser Unit notwendig, das heißt per Drag & Drop ziehen wir das Ganze nach links und du wählst hier Quaternion Literal aus und dann könntest du diese Werte hier auch eingeben. Jetzt in unserem Fall belassen wir das einmal auf die Standardwerte. Das heißt, hier der Quaternion Wert bleibt hier auf 0, 0, 0. Sobald diese Instanzierung von einem GameObject während oder zwischen diesen zwei und fünf Sekunden passiert ist, möchten wir das Ganze von neu starten. Also der Timer soll quasi wieder neu starten. Das heißt also nach der Instanzierung verbindest du das Ganze jetzt wieder mit dem Start. Also hier eine neue Verbindung erstellen und diese ziehst du jetzt nach hinten auf dieses Start. Das bedeutet, die Anwendung startet, eine zufällige Zahl wird generiert, die wird im Timer hinterlegt. Wenn der Timer zum ersten Mal abgeschlossen ist, wird ein Objekt erscheinen auf Basis der Position des Spawners. Danach wird der Timer erneut gestartet und somit haben wir auch eine Schleife. Bevor du das jetzt testest, achte auf den Obstacle-Spawner, denn du siehst hier, wenn ich den 2D-Modus deaktiviere, mein Obstacle-Spawner ist jetzt hier platziert. Also außerhalb des Kamerabereichs. Also achte darauf, dass der Obstacle-Spawner, dass die Z-Koordinate hier sich auch auf 0 befindet. Dann sollte das Ganze auch funktionieren, denn dann ist das hier die Position, an der das Ganze erstellt wird, beziehungsweise die Obstacles erstellt werden. Klicke auf Play, um das zu testen und wie du siehst, da werden jetzt die einzelnen Objekte erstellt. Die werden gerendert, die sind im Vordergrund auch sichtbar und hier unten wird immer eine zufällige Zahl zwischen 2 und 5 generiert. Sobald das abgeschlossen ist, wird auch ein neues Barrel, ein neues Fass erstellt. Und das immer in Abhängigkeit zu unserem Obstacle-Spawner. Das bedeutet, wenn du den Obstacle-Spawner außerhalb platzieren würdest, entsprechend der Koordinaten hier über das Move-Tool, also hier außerhalb und dann auf Play klickst, dann sind diese im Spielbereich auch nicht sichtbar, denn sie werden hier außerhalb generiert. Das ist genau das, was wir später auch haben möchten, dass die außerhalb generiert werden, nach unten fallen und dann sich automatisch nach links bewegen. Dazu kommen wir dann aber im nächsten Schnitt. Wichtig ist, dass du jetzt genau diese Logik hier hast. Nun fehlt noch die Bewegung der einzelnen Hindernisse entsprechend der X-Achse, also das Bewegen von rechts nach links. Selektiere im Prefabs-Ordner, also im Projects-Window, Assets, Prefabs, da gibt es ja das Obstacle-Barrel und hier im Obstacle-Barrel erstellst du dir eine neue Flow-Machine. Denn wir möchten zum Start dieses Obstacle von rechts nach links bewegen. Prefab hier unten selektieren, klicke auf Add Component Bold Flow Machine. Als Source wählst du ein Embedded Macro aus, danach klickst du auf Edit Graph. Für diese Bewegung von rechts nach links benötigen wir weder die Start- noch die Update-Methode, das heißt diese beiden kannst du wieder entfernen. Unser Event, das diese Bewegung auslöst, wird das Fixed Update sein. Also rechte Maustaste, Events, Lifecycle und hier wählst du Fixed Update. Das ist unser Einstiegspunkt und im Hintergrund soll quasi das Ganze bewegt werden auf Basis der Geschwindigkeit. Das heißt, du erstellst dir eine neue Unit mit deinem Obstacle-Barrel, Rigid Body 2D und hier in dieser Liste gibt es Velocity Set. Velocity Set, um die Geschwindigkeit festzulegen. Da kannst du jetzt einen X- und eine Y-Richtung übergeben, das heißt einem Vektor 2. Diesen Vektor 2 erstellen wir uns gleich auch einmal. Also hier per Drag & Drop auf eine freie Fläche und dann hier New Vektor 2 XY. An diesen Vektor 2 kannst du jetzt eine Speed-Variable beispielsweise übergeben. Wir möchten unsere Objekte entsprechend der X-Achse bewegen und zwar in die negative Richtung. Das heißt, würdest du jetzt hier hardcoded minus 2 beispielsweise hineinschreiben und dann auf Play klicken, dann siehst du auch, wie sich dein Fass direkt nach dem Spawn hier bewegt. Ich klicke auf Play. Das Objekt erscheint jetzt hier und bewegt sich dann auch entsprechend der X-Achse nach links. Ein großes Problem dabei haben wir und zwar wird dieses Fass nicht richtig von der Erde angezogen. Wir haben diese Bewegung nach links und es dauert sehr sehr lange, bis das Ganze auf dem Boden erscheint. Das liegt eben daran, weil dieser neue Vektor einen Wert von 0 entsprechende Y-Achse hat. Das heißt, den Y-Wert, den holen wir uns direkt aus dem Rigid Body, also den möchten wir nicht verändern. Das soll im Hintergrund automatisch kalkuliert werden. Das heißt, rechte Maustaste, Obstacle Barrel, Rigid Body 2D und hier wählst du jetzt nicht Velocity Set, sondern Velocity Get. Du holst dir diesen Wert. Und aus diesem Velocity Get holst du dir nur den Y-Wert. Also Vektor 2, Y-Get. Und diesen verbindest du dann hier mit dem Vektor 2. Damit wird dann auch die Erdanziehung funktionieren. Das heißt, wenn du jetzt auf Play klickst, dann fällt dieses Objekt nach unten, aber bewegt sich auch von rechts nach links aufgrund dieser Minus 2, die wir hier haben. Siehst du jetzt gleich, Objekt erscheint, es fällt nach unten und bewegt sich hier nach der Kollision eben auch von rechts nach links. Das sieht schon mal gut aus. Problem ist hierbei aber, du kannst diesen X-Wert jetzt nicht Variable einstellen. Du hast hier keine Objektvariable. Und dafür gehst du jetzt hier einmal in den Fullscreen Mode und bei deinem Flow Graph, den du hier hast für deinen Obstacle, selektierst du die Object Variables. Die findest du auf der linken Seite, Object Variables. Und hier legst du dir eine neue Variable an. Ich nenne diese Speed. Das Plus klicken und als Type nehmen wir hier Float. Und als Value stellen wir hier einmal minus 1, ein Standardwert. Danach ziehst du das per Drag & Drop auf deinen Graphen und verbindest diesen Wert mit dem X-Wert. Jetzt kannst du den Fullscreen Mode wieder deaktivieren. So sieht das Ganze also aus. Jetzt klicken wir einmal auf Play und du kannst die Geschwindigkeit direkt hier im Obstacle in der Speed Variable festlegen. Das heißt also, derzeit erscheinen diese auf Basis von minus 1. Wir könnten das Ganze aber auch ändern, indem wir hier den Value von minus 1 auf beispielsweise minus 5 stellen. Also direkt im Prefab. Auf Play klicken und dann bewegen sich diese Objekte auch viel schneller. Beim Testen der Anwendung hast du vielleicht festgestellt, dass es für den Spieler sehr schwer ist, über so ein Fass drüber zu springen. Und das liegt an der Sprunghöhe bzw. an der Sprungkraft. Das heißt, du selektierst jetzt einmal den Player und im Player kannst du ja diesen Wert festlegen. Hier nach OnClick wird quasi dieses Rigid Body Add Force, da wird diese Kraft festgelegt. Und da könntest du auch eine Variable festlegen. Gehen wir hier einmal in den Fullscreen, erstelle dir eine Object-Variable. Nennen wir diese einmal Jump Force und dann klickst du auf das Plus. Hier erstellst du dir jetzt einen Vektor 2. Danach fügst du diese Variable hier ein und verbindest diese Jump Force mit dem Force-Wert. Jetzt hast du nämlich die Möglichkeit, wenn du den Fullscreen-Modus hier einmal wieder schließt, dass du den Player selektierst und beim selektierten Player direkt den Wert festlegen kannst. Das heißt, anstatt eines Wertes von 8, entsprechend der Y-Achse, verwenden wir jetzt hier einmal 12 zum Test. Auf Play klicken. Wenn ich jetzt auf den Button klicke, dann kann der Troll schon viel höher springen und sollte jetzt das Ganze auch machbar sein. Der Wert von 12 scheint etwas hoch zu sein. Klicken wir nochmal auf den Spieler. Nehmen wir hier einen Wert von 10. Machen wir mal auf Play klicken. Schauen wir einmal, ob das in Ordnung geht. Ja, perfekt. Wie du siehst, das ist machbar und so kannst du das individual einstellen. Hier unten siehst du ja immer noch den Untergrund, diesen weißen Bereich und den können wir jetzt auch ausblenden, also die Grafik ausblenden, nicht das komplette GameObject. Wenn du das komplette GameObject ausblendest, hast du auch keinen BoxCollider mehr. Das heißt, du selektierst den Ground, das ist dieser hier, positionierst diesen entsprechend. Ich möchte, dass sich die Objekte auf dieser Wiese hier befinden, also ungefähr so vielleicht. Und dann selektierst du den Sprite Renderer vom Ground und deaktivierst diesen. Das heißt, an diesem GameObject befindet sich jetzt hier nur der BoxCollider. Jetzt klickst du auf Play. Schon sieht das Ganze besser aus. Der Troll läuft jetzt hier entlang von diesem Weg und die einzelnen Objekte erscheinen dann auch dementsprechend. Wenn du nicht möchtest, dass man hier ganz rechts sieht, wie diese Fässer nach unten fallen, hast du eben die Möglichkeit, dass du den Obstacle Spawner weiter nach rechts platzierst oder auch etwas weiter nach unten. Wichtig ist eben, dass der BoxCollider des Grounds dann entsprechend noch in diesem Bereich ist. Wenn ich jetzt auf Play klicke, dann sieht man die Fässer nur noch von rechts nach links kommen und nicht mehr nach unten fallen. Sobald sich die einzelnen Obstacles außerhalb des Bereichs hier befinden, also auf der linken Seite außerhalb der Kamera, werden wir die automatisch aufnehmen und zerstören. Hierzu erstellst du dir wieder ein leeres GameObject. Auf das Plus klicken, Create Empty und dieses GameObject nenne ich jetzt Obstacle Collector. An dieses GameObject hängst du einen BoxCollider, also hier auf Add Component klicken, Physics 2D, BoxCollider 2D. Und diesen BoxCollider skalieren wir jetzt nach oben. Bevor du das tust, positioniere deinen Collector auch entsprechend, dass der außerhalb des Kamerabereichs ist. Also vielleicht hier hinten. Gleiche dabei auch den Ground ab, denn der Ground bzw. der Collector sollte auf der Höhe des Grounds sein, sonst fallen die Objekte nach unten und der Collector wird diese Objekte nicht erkennen. Okay, also Obstacle Collector positioniere ich hier und dann klickst du auf Added Collider und ziehst das Ganze einfach mal hier nach oben. Einfach, dass wir einen Bereich definieren, einen Grenzbereich, indem wir erkennen, okay, hier handelt es sich um einen Obstacle. Sobald du den Collider angepasst hast, klickst du noch einmal auf den Edit Collider Button, um das abzuschließen und zu speichern. Und jetzt aktivierst du hier bei den Einstellungen Is Trigger. Denn wir möchten nicht, dass die Objekte mit diesem Bereich kollidieren. Ich zeige dir das kurz einmal. Wenn wir hier nämlich auf Play klicken und der Charakter, der Spieler, über einzelne Hindernisse drüber springt, dann werden die hier stehen bleiben. Also die werden hier feststecken. Ich springe jetzt einmal über zwei Objekte und dann wird das gleich auch klarer. Da siehst du jetzt, am Ende staut sich das Ganze. Also wir haben jetzt das Problem, dass die Objekte hier auf der linken Seite noch sichtbar sind. Das liegt eben an diesem Box Collider. Wenn der Box Collider aber auf Is Trigger gestellt ist, zwier dir das kurz und deaktivier dir den Pause-Modus, dann siehst du, diese Objekte können durch diesen Bereich hindurch. Genau das möchten wir und über dieses Is Trigger können wir die Objekte auch erkennen. Das heißt, du selektierst deine Obstacle Collector und aktivierst Is Trigger. Damit können wir in diesem Bereich ein Event auslösen, das uns eben zeigt, okay, hier ist dein GameObject in diesem Bereich. Was soll ich damit tun? Das heißt, an diesem Obstacle Collector erstellst du dir eine neue Flow Machine. Also klicke auf Add Component, Bolt, Flow Machine. Bei Source wählst du Embed und klickst dann auf Edit Graph. So sieht dieser Graph jetzt hier aus. Wir verwenden weder Start noch Update. Also diese beiden kannst du löschen. Wir starten nämlich hier mit einem Event aus der Kategorie PhysX 2D und zwar OnTriggerEnter. Rechtsklick, Events, PhysX 2D, OnTriggerEnter. Das OnTriggerEnter 2D ist quasi unser Einstiegspunkt und danach überprüfen wir, um welches Objekt es sich denn überhaupt handelt, beziehungsweise um welchen Tag. Das heißt, hier wählst du bei Control Switch on String. Dann gehst du in den Fullscreen-Mode, selektierst hier Switch on String, fügst einen Eintrag hinzu und dann den Namen des Tags. Bisher haben unsere Obstacles noch keinen Tag. Das soll sich aber ändern. Ich nenne diesen Tag jetzt hier beziehungsweise diese Option Obstacle. Ist das hier aufgeführt? Und dann selektierst du dieses Collider, ziehst es nach unten und da gibt es die Möglichkeit, diesen komplett zu Exposen, also komplett darzustellen. Collider 2D, Expose Collider 2D. Lass dich von der Menge der Informationen jetzt hier nicht verwirren. Wir benötigen hier nur zwei Werte. Einen Wert und zwar einmal den Tag. Also hier Tag, das verlinken wir. Und einen zweiten Wert für das Zerstören des GameObjects. Hier bei Obstacle nach rechts ziehen, da wählst du ObstacleCollector, GameObject und da gibt es ja hier Destroy. Und als GameObject selbst hinterlegst du da natürlich jetzt nicht den ObstacleCollector, sondern dieses Obstacle, dieses Hindernis, das mit dem wir hier kollidiert sind beziehungsweise das in unserem Trigger-Bereich ist. Und das findest du hier in diesem Exposed Collider 2D. Da holst du dir diese GameObject-Informationen, also das hier unten GameObject per Drag & Drop hier nach oben ziehen. Das heißt also, wenn ein GameObject mit einem Collider in diesem Bereich ist, dann überprüfen wir zuerst einmal, hat das denn überhaupt diesen Tag, ja diesen Tag Obstacle. Ist das der Fall, dann zerstören wir genau dieses GameObject. Das ist also unsere Logik und damit testen wir das. Bevor du das aber testen kannst, musst du noch diesen Tag Obstacle zu deinem Prefab hinzufügen. Fullscreen-Mode wieder verlassen. Auf den Obstacle-Collector klicken, hier bei Tag auf Untagged und danach auf Add Tag. Neuen Tag hinzufügen. Diesen Tag genauso nennen, wie du es eben hier unten in deinem Graphen auch gemacht hast, bei mir heißt der Obstacle, also auf das Plus klicken, Obstacle, Save, dann noch einmal auf dein Prefab, Obstacle Barrel, Tag auswählen, Obstacle selektieren und dann testest du das. Jetzt sollten eigentlich alle Objekte, die hier erscheinen und innerhalb dieses Trigger-Bereichs sind, die sollten auch automatisch zerstört werden. Wie du siehst, sobald diese Objekte mit dem Obstacle-Collector hier kollidieren bzw. innerhalb dieses Trigger-Bereichs sind, werden die auch automatisch zerstört und nicht mehr, in der Hierarchie hier aufgeführt. Sobald der Spieler mit einem Obstacle kollidiert, soll auch das Level neu gestartet werden. Selektiere hierfür zuerst einmal den Player und dort öffnest du dir die Flow Machine. Also bei den Components ist die Flow Machine und da kannst du auf Edit Graph klicken, dann wird dir dein Graph hier angezeigt. Hier haben wir die Logik für den Input, für den Button, damit unser Player hier nach oben springt und die Erkennung der Kollision, damit dieses Is Grounded wieder zurückgesetzt wird auf True. Diesen On-Collision-Enter-Bereich, ich klicke hier einmal auf Fullscreen, dass wir das komplett sehen können. Diesen On-Collision-Enter-Bereich, den können wir tatsächlich verwenden, also dieses Switch on String, um hier zu überprüfen, ob wir eine Kollision nicht nur mit dem Ground haben, sondern vielleicht auch mit einem Obstacle und somit dann das Level neu laden. Das heißt also diesen Bereich, diese drei Units bzw. zwei Units und ein Literal hier, das ziehe ich nach oben und hier fügst du jetzt eine neue Option, eine neue Variante hinzu. Das heißt, du klickst auf Switch on String und hier gibst du den entsprechenden Tag ein, meiner heißt Obstacle, also hier Obstacle eingeben und dann fügst du eine neue Unit hinzu und diese neue Unit ist Load Scene, also per Drag & Drop nach unten ziehen, gibst du hier oben Load Scene ein, dann findest du den Scene Manager, Load Scene. Einmal auswählen, so sieht diese Unit aus und hier musst du jetzt den Namen der Szene eingeben. Ich möchte gerne genau wieder meine gleiche Szene geladen haben, den Namen der Szene findest du ja oben in der Hierarchie, also da steht der Name der Szene, du findest das natürlich auch im Projektordner. Also meine Szene heißt Level 01 und genau diese Zeichenkette gebe ich jetzt hier ein. Das heißt, du klickst in dieses Scene Name Level 01, das gibst du hier ein und bei Mode kannst du das Ganze auf Single belassen, denn wir möchten, dass sich die Szene zurücksetzt, das heißt, die ursprüngliche Szene soll entladen werden und dieses Level 01 soll neu geladen werden. Additive würde bedeuten, dass diese Szene zusätzlich geladen wird. Das macht in diesem Kontext aber keinen Sinn. Das heißt also, bei einer Kollision mit einem Obstacle wird automatisch dieser Knotenpunkt hier ausgeführt, diese Verbindung zu dieser Load Scene Unit und unser Spiel wird neu geladen. Bevor du das testest, überprüfe noch einmal, ob der Tag auch hinterlegt ist. Bei deinem Obstacle, Obstacle, Tag, Obstacle, das geht in Ordnung. Das heißt, das müsste in dieser Form funktionieren. Ich klicke auf Play. Über das erste Hindernis springe ich noch drüber. Mit dem zweiten kollidiere ich dann. So, Kollision mit dem zweiten Objekt und wie du gesehen hast, das Level startet automatisch wieder neu. Das passiert eben nur bei der Kollision mit Hindernissen, die auch diesen Tag-Obstacle haben. Würdest du den Tag hier deaktivieren, beispielsweise das Ganze auf Untagged setzen bei den Obstacles, dann funktioniert das nicht mehr und das Level wird auch nicht mehr zurückgesetzt. Das heißt, die komplette Logik befindet sich im Player über dieses Switch on String. Siehst du, das wird jetzt verschoben, beziehungsweise der Player wird hier verschoben. Achte also darauf, dass du hier auch den entsprechenden Tag hinterlegt hast und dann funktioniert das. Sobald der Spieler, egal wie, mit einem solchen Objekt kollidiert, mit dem Tag Obstacle, wird das Level neu gestartet. Das kann zum einen so sein, dass wir direkt frontal damit kollidieren. Das kann aber auch sein, dass ich darauf springe. Also so, dann kollidiere ich mit diesem Fass und dann startet das Level auch wieder neu. Damit du einen Punktestand hinzufügen kannst, musst du diesen innerhalb der Play Session erkennen, hochzählen und nach dem Start zurücksetzen. Selektiere den Obstacle Collector, also Obstacle Collector innerhalb der Hierarchie selektieren und dann den Flow Graph öffnen. Hier in diesem Flow Graph befindet sich derzeit das OnTriggerEnter, also das Erkennen des Colliders und dann das Zerstören der Objekte. Und das hier kannst du jetzt erweitern und zwar speicherst du hier den Punktestand. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Objekt zerstört wird, erhalten wir auch einen Punkt. Klicke auf den Fullscreen-Mode, um den Flow Graph direkt im Fullscreen zu betrachten, denn wir erstellen uns hier zuerst einmal eine Score-Variable. Der Punktestand soll innerhalb der Szene gespeichert werden. Das heißt, wenn wir die Szene neu laden, soll dieser wieder auf 0 zurückgesetzt werden. Das heißt, bei den Variables wählst du eine Scene-Variable und hier bei New Variable wählst du beispielsweise Score. Auf das Plus klicken und als Type wählen wir jetzt hier Integer, also das heißt ganze Zahlen und wir starten bei 0. Der Default-Wert, der Default-Value, Standardwert, ist hier bei 0. Diesen Score kannst du setzen, das heißt nach dem Destroy, Rechtsklick, und dann gibst du hier oben Score ein, da siehst du jetzt Get-Score-Set-Score. Wir möchten diesen Score setzen, Set-Score. Dann verbindest du diese beiden Units, hier ist dieser Score, und wir nehmen den bestehenden Score und zählen diesen um 1 hoch. Also wir addieren die Zahl 1 oder was du auch immer addieren möchtest. Warum den bestehenden? Naja, wenn wir zu Beginn starten, ist das noch egal, dann möchten wir 1 hinzuzählen, aber wenn wir ein zweites Objekt zerstören, dann sollen wir natürlich von 1 auf 2 zählen können. Das heißt, wir müssen immer den bestehenden Score natürlich auch berücksichtigen. Also hier Score per Drag-and-Drop hinziehen, damit wir Get-Score haben, und das addieren wir. Also per Drag-and-Drop auf eine freie Fläche ziehen, und dann gibst du hier oben Add ein. Add Generic, das hier. Also zwei Werte zusammenrechnen. Bei B erstellen wir uns ein Int Literal, also einfach von B auf die freie Fläche ziehen, Int Literal. Und hier kannst du deinen Wert eingeben. Also wie viele Punkte soll der Spieler erhalten, sobald ein Objekt zerstört wird? Sobald ein Objekt von rechts nach links wandert und dann außerhalb des Kamerabereichs ist. Ich nehme jetzt hier einen Wert von 1, du könntest natürlich auch 10 oder 100 verwenden. Und das Resultat aus A plus B kombinieren wir mit dem hier oben. Das heißt also, dadurch speichern wir das in unserer Scene-Variable ab. Ja, und diese neue Logik mit diesem Set-Variable, das testest du jetzt gleich einmal. Wir können nämlich diese Variable jederzeit dann hier überprüfen. Wir müssen einfach nur ein paar Objekte zerstören lassen, und dann klicken wir auf Pause, und dann lässt sich das überprüfen. Also Fullscreen-Mode verlassen. Starte deine Anwendung und selektiere den Obstacle-Collector. Da siehst du hier unten dann auch den Score wieder nach oben zählt. Ich springe jetzt über zwei oder drei dieser Objekte. Okay, jetzt drücke ich Pause. Jetzt siehst du hier unten, wie das nach oben zählt. Der jetzige Score ist 1, 1 wird hinzugezählt, 2, und dann wird das übergeben. Beim Neustart der Szene wird das hier automatisch zurückgesetzt, denn es ist eine Scene-Variable. Das heißt, dieser Score-Wert wird dann neu erstellt und mit der 0 initialisiert. Somit hast du den Punktestand schon einmal abgespeichert. Der nächste Schritt ist es jetzt dann auch wirklich für den Nutzer auf der UI darzustellen. Erstelle dir für deinen Punktestand ein neues Textfeld. Klicke dazu in der Hierarchie auf das Plus, wähle UI und dann hier Text TextMesh Pro. Danach öffnet sich dieses Fenster. Klicke hier auf Import TMP Essentials. Es dauert einen Augenblick und dann sind alle Assets, die wir hierfür benötigen, importiert. Nach dem Import siehst du auf deinem Canvas auch hier dieses Textfeld. Das kannst du entsprechend verschieben. Du kannst das auch in der rechten oder linken oberen Ecke platzieren. Ich mache das jetzt hier einmal. Ich platziere das in der linken oberen Ecke. Dann haben wir hier den Text. Du kannst das jederzeit über die Font Size natürlich auch kleiner machen. Ganz wie du möchtest. Ich setze das jetzt hier einmal auf 30. Und da ist dann unser Punktestand. Also hätten wir 100 Punkte, würde das Ganze auch so aussehen. In der TextMesh Pro Component kannst du alle Einstellungen entsprechend festlegen. Wie bekommst du aber jetzt den Punktestand hier hinterlegt, beziehungsweise dass sich der entsprechend aktualisiert? Dazu begibst du dich in den Flow Graph deines Obstacle Collectors. Klicke auf den Obstacle Collector. Wähle Edit Graph. Lass dir das Ganze im Fullscreen anzeigen. Hier haben wir diese Logik mit OnTriggerEnter. Da werden die Objekte, die Obstacles erkannt. Und es wird der Punktestand gesetzt. Damit du TextMesh Pro überhaupt mithilfe von Bolt verwenden kannst, musst du das noch hinzufügen. Also hier oben in der Menüleiste Tools, Bolt. Und dann wählst du hier Unit Options Wizard. Da erhältst du die Assembly Options. Du kannst nach unten scrollen. Hier auf das Plus klicken. Neuen Eintrag hinzufügen. Und da findest du in dieser Liste auch TextMesh Pro. Kannst du hier oben auch eingeben. TextMesh Pro. Auswählen. Dann ist das hier hinzugefügt. Klickst auf Next. Noch einmal nach unten scrollen. Und auf Generate. Dann wird das neu generiert. Und ab jetzt können wir auch TextMesh Pro verwenden. Okay. Den Fullscreen-Modus hier kannst du wieder verlassen, dass wir das hier unten haben. Denn dann hast du nämlich die Möglichkeit, den Text nach unten zu ziehen. Der Text ist jetzt hier oben auf dem Canvas Text. Es macht Sinn, diesen umzubenennen. Ich selektiere das jetzt hier einmal zum Umbenennen. Rechtsklick Rename. Ich nenne das hier einmal Score Text. Diesen Score Text mit dieser TextMesh Pro Component kannst du bei Drag & Drop jetzt hier nach unten ziehen auf den Flow Graph. Direkt hinziehen. Dann lässt sich das nämlich auswählen. TextMesh Pro. UGUI. Und da gibt es einen Wert, eine Methode, die heißt Set. Und hier findest du bei T Text Set. Okay. Das Festlegen eines Textes. So sieht das aus. Das verlinkst du miteinander. Geh nochmal in den Fullscreen. Hier musst du jetzt den Text hinterlegen, was letztendlich ausgegeben werden soll. Und der Text, der hinterlegt werden soll, ist eigentlich der Punkteschan, der Score. Das heißt, du gehst in die Scene Variable, ziehst dir diese Score Variable hier hin. Die möchten wir nämlich beim Text haben. Okay. Dann wandelst du diese Scene Variable in einen String um. Drag & Drop auf eine freie Fläche ziehen. To String eingeben. Das heißt, wir haben einen Integer Wert und den wandeln wir in eine Zeichenkette um. Und danach verbindest du das mit diesem Text hier. Okay. So sieht das Ganze jetzt aus. Das heißt, wenn ein Obstakel erkannt wird, wird das zerstört. Der Punktstand wird um 1 erhöht. Das wird abgespeichert. Und unser Text wird aktualisiert. Mit dieser Änderung testest du deine Anwendung jetzt. Fullscreen Mode verlassen. Der Startwert, den du hier festlegen kannst beim TextMesh Pro, es macht Sinn, dass du hier 0 hinterlegst. Denn wir starten ja mit einer Punkteanzahl von 0. Und unser Textfeld wird nur dann aktualisiert, wenn wir auch ein Objekt erkennen. Klicke jetzt auf Play. Und sobald ein Objekt jetzt dann mit unserem Obstacle-Kollektor kollidiert beziehungsweise innerhalb des Trigger-Bereichs ist, siehst du, wie der Punktestand nach oben zählt und er sich hier auch in der linken oberen Ecke verändert beziehungsweise aktualisiert. Wenn du neben dem Barrel weitere Obstacles erstellen möchtest, damit dein Spiel auch entsprechend variabler ist, kannst du das Prefab zuerst einmal duplizieren. Denn das Prefab an sich hat ja schon verschiedene Eigenschaften beziehungsweise ist schon eigentlich fertig konfiguriert, damit es sich bewegt und auch der einzelne Player der Spieler damit kollidieren kann. Das heißt, in deinem Projekt begibst du dich in den Prefabs-Ordner. Da ist dieses Obstacle-Barrel das hier. Einmal selektieren, Steuerungstaste D zum Duplizieren. Dann haben wir hier Obstacle-Barrel 1. Und jetzt hängt das Ganze davon ab, wie du das konfigurieren möchtest. Jetzt selektiere Obstacle-Barrel 1. Und da kannst du jetzt eine andere Grafik hinterlegen beim Sprite-Eintrag. Prop 7 steht hier. Auswahl-Button zum Selektieren. Und da haben wir ja noch andere Props, beispielsweise den Stein, Prop 6. Einmal selektieren. Dann kannst du das Ganze umbenennen in Obstacle-Rock beispielsweise. Denke daran, dass du bei diesem Prefab noch den Collider anpassen musst, denn die Grafik kann jetzt kleiner sein natürlich oder auch größer. Das heißt, lass uns zuerst einmal das Prefab an sich öffnen. Klicke auf Open Prefab. Dann wird das hier so isoliert geöffnet, in so einer isolierten Ansicht. Und da klappst du dir einmal den Capsule Collider auf. Da siehst du jetzt, der passt nicht so ganz, denn das war eher der Collider für das Fass. Wenn du diesen Collider hier zurücksetzt über Reset, dann wird versucht, automatisch eine entsprechende Größe zu finden. Das heißt, hier auf die drei Punkte klicken beim Capsule Collider in der rechten oberen Ecke und dann Reset. Bei Direction macht es Sinn, dass du hier vielleicht Horizontal wärst. Dann lässt sich auch der besser anpassen. Okay, das sieht ganz gut aus. Collider ist angepasst. Die restlichen Werte sind alle vollkommen in Ordnung. Das heißt, die Speed-Variable könnten wir individuell für den Rock oder auch das Barrel definieren. Wir haben aber damit ein weiteres Prefab erstellt. Den Isolationsmodus des Prefabs kannst du jetzt hier wieder verlassen. Das heißt, in der linken oberen Ecke auf diesem Pfeil hier klicken. Jetzt hast du hier unten zwei verschiedene Objekte. Wenn du dir ein drittes erstellen möchtest, können wir das natürlich auch noch tun. Eines der beiden Obstacles hier wählen. Steuerungstaste D. Ich habe jetzt hier Rock dupliziert. Dann öffnen wir uns das Prefab. Den Namen kannst du umbenennen. Hängt natürlich von deiner Grafik jetzt ab. Ich wähle zuerst einmal das Sprite aus. Jetzt ziehe ich hier diese Pflanze, dieser Kaktus. Prop 5. Okay. Und als Namen nehme ich hier einmal Plant für Pflanze. Rename File. Da siehst du jetzt auch, der Collider passt hier nicht. Das heißt, wenn wir diesen zurücksetzen, wie wird das aussehen? Reset. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Natürlich kannst du den Bereich auch wieder kleiner machen. Wenn du damit zufrieden bist, den Isolationsmodus wieder über dem Pfeil verlassen. Dann ist das hier unten abgespeichert. Und da siehst du jetzt, diese drei Objekte haben wir. Derzeit wird nur dieses Obstacle Barrel erscheinen. Denn das ist das einzige Objekt, das auch in unserer Liste auftaucht zum Instanziieren. Das Instanziieren wird ja im Obstacle Spawner ausgeführt. Das heißt, wenn du den Spawner selektierst, da siehst du, okay, da ist dieses Barrel direkt verlinkt. Diesen Eintrag beim Barrel, den müssen wir jetzt manipulieren. Das heißt, du selektierst den Obstacle Spawner, öffnest über den Fullscreen erst einmal hier deinen kompletten Graphen. Auf der linken Seite befinden sich ja die Variablen. Und hier selektierst du die Kategorie Object. Erstelle dir eine neue Variable. Ich nenne diese jetzt einmal All Obstacles. Klicke auf das Plus. Und als Type wählen wir jetzt eine Liste. Und zwar eine Liste aus GameObjects. Also hier oben List GameObject eingeben. Und zu dieser Liste kannst du jetzt deine ganzen Prefabs hinzufügen. Das heißt, du klickst bei Value auf das Plus. Dann wählst du den Auswahlbutton. Und aus den Assets kannst du dir die Prefabs hier auswählen. Gehen wir jetzt zuerst einmal das Barrel. Neuen Eintrag hinzufügen. Plant. Neuen Eintrag. Und den Rock. Das heißt, damit hast du dir eine Liste angelegt. Und diese Liste kannst du natürlich jederzeit erweitern oder verändern. Und per Zufall lassen wir uns hier ein Objekt auswählen. An einem bestimmten Index. Und das ausgewählte Objekt wird dann gespawnt. Das heißt, wir starten hier unten mit unserer Liste. Zieh sie per Drag & Drop auf den Graphen. Wir holen uns die Liste. Dann von hier aus auf eine freie Fläche. Und hier wählst du Collections. Lists. Und zwar Get List Item. Also wir holen uns ein bestimmtes Item aus dieser Liste. Und dieses bestimmte Item geben wir eben weiter an unser Instantiate hier oben. Also aus der Liste holen wir uns einen gewissen Index und geben das dann weiter. Das an sich sollte eigentlich schon funktionieren. Das heißt, wenn du hier jetzt einen Index hinterlegst, beispielsweise der Stein ist der Index 2, 0, 1, 2. Das bedeutet, ich wähle jetzt das einfach nur einmal zum Test. Die 2 hier. Fullscreen-Modus verlassen. Ich klicke auf Play. Schauen wir einmal, ob der Stein erscheint. Und jetzt siehst du hier in meinem Spiel, da erscheint der Stein. Den könnten wir natürlich auch noch skalieren. Aber jetzt haben wir eben das Problem, dass immer nur dieses eine Objekt erscheint. Das heißt, die Objekte ändern sich nicht. Und daher müssen wir hier eine Random-Funktion erstellen. Also noch einmal zurück in den Obstacle-Spawner. Und hier erweitern wir das Ganze, und zwar der Index. Der soll nicht von uns festgelegt werden, sondern per Zufall aus der Liste ausgewählt werden. Das heißt, hier bei Index, per Drag & Drop hier hinziehen und dann Random-Range. Jetzt hier aufpassen, nicht Min-Inclusive, Max-Inclusive verwenden, sondern wir verwenden hier Random-Range, Min-Inclusive, Max-Exclusive. Denn wir holen uns aus der Liste die maximale Zahl, also die Länge der Liste. Wird gleich klarer, also so sollte das aussehen. Jetzt hier können wir das natürlich eingeben, 0 und 3. Das Problem ist, wenn sich dann die Liste ändert, dann müsstest du auch diese Zahl immer ändern. Wir holen uns also die Zahl direkt aus der Liste. Hier haben wir ja bereits die Liste. Und das können wir verwenden. Das heißt, du ziehst hier eine Verbindung von der Liste auf die freie Fläche. Dann wählst du Collections, Count Items. Mit dieser Funktion zählen wir die Einträge in der Liste. Wenn es eben drei Einträge sind, bekommen wir die Zahl 3 zurück. Wenn es zehn Einträge sind, die Zahl 10. Und das verbindest du mit deinem Max-Exclusive. Das Exclusive ist sehr wichtig, denn die Position in dieser Liste startet bei 0. Das heißt, wenn du drei Einträge hast, dann hast du die Stelle 0, 1 und 2. Würdest du Max-Inclusive verwenden, dann würden wir außerhalb der Liste greifen, wenn wir die Zahl 3 verwenden. So sieht das also aus. Also für das Instanziieren holen wir uns ein Objekt aus unserer Liste und generieren das zufällig. Und damit startest du jetzt deine Anwendung und testest das gleich einmal, ob die unterschiedlichen Objekte auch tatsächlich erscheinen. Auf Play klicken und dann schaust du dir das Ganze im Detail an. Siehst du jetzt hier, da haben wir unsere Pflanze, unseren Kaktus. Da ist unser Stein und unser Fass. Durch die ganzen Variablen, die wir hier haben, sowohl bei den Prefabs als auch beim Obstacle Swanner oder bei unserem Background, kannst du dann selbst definieren, wie dein Spiel aufgebaut ist, ob es sich schneller verhalten soll, ob es schwieriger ist und somit die einzelnen Werte hier definieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017